Guten Morgen aus Thailand, Soibukau Market, Bad Thaya. Wir haben jetzt Viertel nach zehn. Sieht ein bisschen leer aus, das Ganze. Also, ich habe es so leer noch gar nie gesehen. Da ist überhaupt nichts mehr los. Auf dem Fressmarkt drüber sind ein paar mehr Menschen. Aber, dass du hier so rumstehen kannst mit der Kamera ohne Geschutze, das gibt es ja gar nicht. Guck mal hier, nächste Seite. Ich will den Mann hier nicht fotografieren. Richtung Straße. Mal anzulaufen hier. Blick durchschmeißen. Da ist nichts. Das ist ein Viertel nach zehn. 25. August 2020. Corona-Krise. Da ist wirklich kein Mensch mehr da. Kein Geschiebe, kein Gedränge. Einziges, was hier noch rumläuft, sind die Verkäufer selber. Tja, graurig. Gehen wir rüber zum Second-Hand-Markt. Hier sieht es auch gerade nicht besser aus. Besser sieht es hier auch nicht aus. Mit den Menschen hier. Tja, da wird nichts mehr großes Geschäft. Schade. Alles kaputt gemacht. Scheiß Corona. Was wir neu gemacht haben, sind die großen Ventilatoren jetzt hier. Ja, aber sonst von den Menschen her, einzig das, was hier rumhängt, sind die Verkäufer selber. Verhandeln sind hier. Im Vergleich zu dem, was sonst hier war mit Gedränge und jetzt Geschiebe, ist das alles vorbei. Also, und tschüss. So, jetzt sind wir hier im neuen Tukom, Partei Erklang. Das sieht ja auch gerade nicht so einladend aus, ne? Hier ist gar keiner. Hier ist überhaupt keiner. Kein Mensch. Kein Mensch. Zwei Uhr. Die Verhandlungen sind auch einsam. Gut, hier war noch sowieso nicht immer viel los in dem Laden hier, ne? Aber, dass hier gar nichts ist, außer meine Frau jetzt. Hey, hier hat es Menschen. Sie sind doch die einzigen. Sie sind auch die einzigen Menschen hier. Boah, gar nichts. Wahnsinn, ne? Laden für mich alleine. Sieht aus wie die Zombie-Apokalypse hier. Also, 25. August 2020, Pataya Tukom, tot. Aber natürlich, äh, oh, Kinder. Ganz einzig. Maskenzwang ist ja klar, ne? Also, der Security-Mann da bestand darauf, dass ich natürlich, ne? Die Maske anziehe. Ich frage mich, wofür? Kein Mensch da. Ein paar Männer kennen hier. Oh, toll. Da. Kinder. Einzigsten. Und ich schau langweilig, die kleine Maus hier. Oh, langweilig. Alle langweilig. Zu. 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 Und dieses Kaufhaus hat auch fünf Stockwerke, ne? Sechs sogar. Sehr einsam. Da oben ist er dieses Spiele-Paradies. Hm. Hm. Keiner da. Wahnsinn, ne? Den gibt's auch nicht mehr. Der ist komplett leer. Foodpark hier, essen. Oh je. Jetzt sind wir ganz oben. Da ist gar nichts. 2 Uhr, nachmittags, nicht 2 Uhr nachts, gell, nee, nee, Trampolin Park, auch verweist, ich sehe, da oben geht es doch noch einmal weiter, je höher du kommst, desto weniger Menschen hat es, also hier ist auch überhaupt nichts mehr, nur noch die Angestellten selber hier und das war es, boah, sieht man alles sehr trostlos aus, die Partei hat sich da nicht bald mal öffnet und wieder Touristen reinkommen, wird das wohl alles dem Bach untergehen jetzt. Schade, 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 scheiß Corona.